Ich begrüße alle Gäste aus nah und fern. Gerade hat es 13 Uhr geschlagen. Ich gehe mal davon aus, dass sich der Festzug jetzt unten in Bewegung setzt. Ich werde Ihnen dann die einzelnen Gruppen kurz vorstellen und hoffe, dass Sie richtig Spaß an dem Festzug haben und dass uns der Wettergott hold ist. Bisher hatten wir wirklich Glück mit dem Wetter. Vielleicht gehen wir hinterher dann Wallfahrten auf den Farnberg, wenn uns das heute auch noch gelingt, dass wir es ohne großen Regen rumbringen. Aber ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Sonntagnachmittag hier auch anschließend unten am Festplatz an der Stadthalle. In diesem Zusammenhang vielleicht, weil ich gerade das Begleitfahrzeug der Feuerwehrsee einen ganz herzlichen Dank allen, die hier mitgearbeitet haben, vom Gelingen, der Festmache und des Festzugs. Das sind unsere Einsatzkräfte von der Feuerwehr, vom BRK, von der Polizei, unser Team vom Bauhof, die Frau Greiner und alle, die ich sonst noch als Festleiter hier, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Den Zug führen an, Schüler aus Neustadt mit der Fahne 800 Jahre Neustadt und der Stadtfahne. Dahinter folgen unsere Jüngsten. Das sind die Kinder unserer Kiklas, St. Josef und St. Martin, die mit Papierfähnchen in unseren Stadtfarben die Besucher begrüßen. Ich danke dem ganzen Team der beiden Kitas, der Leiterin der Frau Katharina Pfistermeister oder für die Kita St. Martin, der Frau Theresa Uhl. Herzlich Willkommen, liebe Kinder, liebe Betreuerinnen. Ihr werdet vielleicht dann bei der 850-Jahr-Feier von Neustadt mal an dieser Stelle stehen. Sind wir dann nicht mehr dabei. Applaus 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 Nach den kleinen Kindern folgen die Größeren, also die Schüler, die Grundschule mit Schulleiterin Freite Herder, schön kostümiert. Vielen Dank den Schulen auf unserer Kultur, Sie können es auf den Begleitschildern erlisten. Vielen Dank, dass Sie oder Ihr euch am Festzug so aktiv beteiligt. Man freut sich richtig über dieses bunte Reiben, diese bunten Bahnen, hier die Mittelschule. Nochmals vielen Dank, dass ihr euch diese Mühe gemacht habt. Es sieht toll aus, wie ihr hier den Zug bereichert habt. Im Anschluss folgt unser Stadtjandarm Parfumeng mit der historischen Stadtführung, abgeführt vom Fürsten Benz-Neusimius, die geeignet von Zicke in den Schwarzschweinern. Benz-Neusimius, Stadtjandarm wird ablauern. Und Zicke, die Schwarzschweinler, sehr viele Damen und dahinter, die feinen Stadien Berg, Stadien Berg eh? Stärken weh! Stadienelt, breise! Stadienberg, breise! Stadienberg, pleisen! Musik 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 Jetzt kommt erst mal unser Festival, das manche gerne Leute zum ersten Mal sieht, die die Historie auch in Form eines der allersten Zeit darstellt. Wir werden künftig unsere Stadt auch bei anderen Festzügen in der Region investiert. Wir sind heute an der Spielnatszug und die Stadtführer von Kai-Bienbieter und Poltstadt haben. Danach die Kolbingsfamilie Neustadt. Die Kolbingsfamilie ist ein freundes Hartzett in unserer Stadt. Und dritte Bein, andere Frau Meiss, Adolf Holbein, herzlich willkommen. So, und nun kommt unser altes historisches Zeugefassel, angeführt von den beiden Zeugewirken. Herzlich willkommen, wer es noch nicht weiß, am 10. Entschuldigung, am 10. August gibt es das erste Neustadt der Zeugefassel mit dem gemeinsam gebrauchten Schöne hier oben. Der nächste Traktor, der gehört den Gruppi Bäumler von der Ratsche-Bühne. Und bis sie lesen können, ist es auch ein Jubiläumsablass, warum wir hier mitführen. Wir sind heute so, als Sie sich auf der Zeit in der Mitte des Entschuldigen, weil, das Helmler von der Ratschewelle von der Ratsche-Bühne durchs insultingt. Daher Decke, der ihr zu Hause ist auch ein gutes sudeszigor even öffert. Und heute durch das gleiche Gatton-N-Gwunsch Internet in die Weltletter-Härmung. Außerdem, womö ¿ Milliavam-G Johannes und Land, Das war's für heute. Und wir kennen Sie nicht, unsere Leute in der Bühne werden, angeführt vom Stadtkampfmann Ulrich Konz. Herzlich willkommen. Dahinter unsere Markentenderinnen, wie immer aktiv dabei. Befolgt werden Sie von unserem aktuellen Nachtwächter, der Thomas Schuster, der wir noch nicht kennen, ist seit gut einem Jahr unser neuer Nachtwächter. Was sicherlich heißen will, dass die SPD hinter den Nachtwächter geht. Ich begrüße die SPD-Neustadt hier. Dahinter kommt, mit einem ganz tollen Gefährten, mit einem Kleid, die durch eine Arbeiterwohlfahrt angeführt, von Stadtrat Franz Witt. Ich grüße Sie euch. Ach so. Applaus 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 Gefolgt vom Heimat- und Holztrachtenverein Deutschland mit einem schönen Festwagen mit der Vorsitzenden von Dieter Grünauer und mit einem des Holztrachtenvereins. Ich begrüße euch recht herzlich, auch meiner früheren Schubkamerad oder Kameraden, den Sepp Schwab aus Rheinland-Dorch. Ich bin gleich hier zum Heimat- und Holztrachtenverein Neustadt und Umgebung, angeführt vom Vorsitzenden Rainer Bauer. Herzlich willkommen hier, Sie sind immer aktiv dabei, hier in Neustadt. Eine interessante Gruppe, in Anführungszeichen Volk der katholische Frauenwund. In Kleidern, wie man sie früher mal getragen hat, vielleicht bei der 700-Jahr-Feier oder bei der, ja, vielleicht sogar noch bei der 725-Jahr-Feier. Herzlich willkommen, die Damen, Sie sind eine Augenweide. Dahinter, unser Fischereiverein, gestern noch groß im Einsatz beim Grillen von Herringen und bei Grillen hier, waren schnell ausverkauft, wenn wir den Vorsitzenden werden anweisen. Und auch in grün, auch in grün folgt dann der Siedlerbund Neustadt und der Vorsitzenden Arthur Heber. Herzlich willkommen hier. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, der Hintner Verein Neustadt. Und jetzt mit dem Vorsitzenden der Protagon, Sie zeigen uns, wie wichtig unsere Wiener sind. Und die Wiener gibt es kein Leben bei uns und das Motto heißt, schützt die Wiener. Ich hoffe, dass auch unsere nachfolgende Generation noch die Wiener so erleben kann, wie wir. Die Wiener, Karate, Dojo in Neustadt, herzlich willkommen in der Nationellen, schon jetzt mal Kampfbeheilung oder Wettkampfbeheilung. Das Volk, die Plastikfelle Kolowatschka Sushitze. Sushitze, das jeweilige Unterhof im Böhmerwald. Und dahinter die freiwillige Feuerwehr Neustadt mit dem ersten Vorsitzenden, wenn man Starrer schenkt. Und den Kommandanten, der Kommandant muss arbeiten. Dahinter die Wasserwacht, die Wasserwacht-Kanzeraktiv mit Vorsitzenden Volk, Siegern an der Spitze. In streitige Uniform, die Soldatenkameradschaft Deutschland mit dem Vorsitzenden, Bernd Eckhardt, Sie führen die schöne, immer wieder einsatzbefindliche Salub-Kanone. Sie werden sich aber hier nicht abschießen können, es wäre ein bisschen zu lang. Der Fass versteckt wie ein Stück Freunde Neustadt. Herzlich Willkommen hier, der Neustadt-Werbe-Ring macht Wärmung, dass Sie bei uns ortsnah in der Innenstadt einkaufen. Ich darf euch neulich herzlich begrüßen, an der Spitze Vorsitzenden Christian Brichfalter. Und ich darf auch noch den Reimer Stein überdanken für die schönen Blumen hier und am Wagen und immer, wenn es darum geht, uns den Starr zu beschöpfen. Eine große Gruppe ist unser HSV Neustadt, der hier ebenfalls stark vertreten ist, mit dem Vorsitzenden Klabilas, oder besser bekannt als Mochito. Herzlich Willkommen, jeder Willi. An der Zahl der Teile, da sehen Sie schon, der größte Verein aus dem Sport, mit dem Neustadt, mit den verschiedenen Sporten und mit der gesamten Vorschleinschaft hier. Herzlich Willkommen. Man kann da nicht alle aufzählen, was dem Neustadt-Klaments Fußball. Man kann da nicht alle aufzählen, was dem Neustadt-Klaments Fußball. Man kann da nicht alle aufzählen, was dem Neustadt-Klaments Fußball. Eine große Abwaltung erreicht uns jetzt mit dem Neustädter Faschingsverein oder Verein Neustädter Faschingsverein, offiziell heißen, mit den kleinen Garnemännchen, mit der Garn und die Sehnen, im offenen Fulltimer, Kinderprinzessinnen und Prinzessinnen, wo sind die Prinzen? Wir sitzen vorne drin. Herzlich willkommen! Und danach folgt unser Schützverein Eichler und mit dabei die gestern überreichte Jubiläumsscheibe. Beim Referenzschießen hat Peter Heller diese Scheibe gewonnen und trägt sie jetzt stolz im Zug mit. Und dahinter der nächste Schützverein, der Schützverein Eichler-Mehrbund-Reuten mit Christian Reichel. Ich grüße Sie hier. Danach kommt die Freiwillige Feuerwehr aus unserem Nachbarhof, Altenstadt an der Maltenau. Herzlich willkommen! Man sagt ja immer Altenstadt, das Altenhaus-Neustadt stimmt sicher auch. Und vor kurzem hat jemand wieder behauptet, ja, wir haben ja erst seit ein paar Jahrzehnten eine eigene Pfarrei. Herzlich willkommen! Ich grüße Sie hier auch an den Bürgermeister Schicke-Ganz, groß an den Vorsitzenden Altenstadt. Der Heimatverein, also Vorsitzende des Heimatvereins, der Heimatverein führt die altehrwürdige Fallkirche Maria Hinderkart. Man wird eine der ältesten romanischen Gehrer in unserer Region. Von Weiten angereist, Weiten ist relativ aus Bad Stehen, die Wiedermeier-Gruppe Bad Stehen mit zwei ehemaligen Deutschlandern, die das Ganze organisiert haben. Das ist der Johann Wendtner und seine Ehefrau Berate, die Bewohner Kurz. Wer sich vielleicht noch erinnert, der bereicherte Fassende, der Fässer, ganz toll bespreut mich. Noch weiter, nach Neustadt hatte die nächste historische Gruppe, Julia Barones Freising. Sie stellten mittelalterliche Artesfamilien auf. Im Schubb ist für mich immer, weil die Ortenburger hatten ja früher bei Neustadt das erste Richtlinie, da ist auch eine Verbindung klar. So, und nun, komm mal, ich fühle mich an der Mittelschule, mit allen, mit den Artenstädten von Neustadt und Europa. Alle! Bevor ich mich an der Mittelschule, mit den Artenstädten von Neustadt und der Donau, mit den Artenstädten von Neustadt und der Donau. Wir haben einen Klaus-Kumpel in Bülhausen. Bülhausen ist ein Stadtteil von Neustadt und der Donau. Ich begrüße die Gäste aus Neustrahl-Honau, die hier gereist sind, herzlich willkommen. Wir sind auf Platz auf der Main. Wir sind gestern auf der Fahne. Wir bleiben nicht vor, wir werden losgerollt. Mit der Hand wird die historische Aufgabe gemacht. Und dahinter sind unsere Freunde und Gäste aus Neustrahl-Honau. So, jetzt habe ich noch was drauf bekommen, aus Neustrahl-Honau. Sie sind frei mit der historischen Bürgermeister aus der Jutta Handelstadt. Der Stadtkampfmann Andreas Trau führt die Gruppe an. Ich begrüße die Gäste aus Neustrahl-Honau, die hier gereist sind, herzlich willkommen. Sie sind frei mit der historischen Bürgermeister aus der Jutta Handelstadt. Und hier wieder die charmanten Damen, ich hoffe, ich sage es richtig, im Biedermeyer-Stil. Die Fahnen-Schwinge aus Dienbach seien die Kräfte. Sie brauchen ein bisschen mehr Platz hier. Wer es nicht weiß, Dienbach liegt in unserem Nachbarlandkreis Handelstadt und Sie treten bei vielen historischen Fahrstätten und Festzüge auf. Herzlich willkommen, die Fahnen-Schwinge aus Dienbach. Nach dem Fahnen-Schwingen dürfen wir begrüßen aus unserer Nachbarstadt Weiden. Nach dem Fahnen-Schwingen dürfen wir begrüßen aus unserer Nachbarstadt Weiden. Wir begrüßen die königlich-religierte Schützgesellschaft mit ihrem Schützmeister Johannes Pranger auf Ort und das Feldwerk von der Neid. Mit Hauptmann Friedrich Brotzand. Wer es nicht weiß, aber früher war mein Kompanie-Chef in Weiden meiner Nachschwung-Kompanie. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich bin nicht, die Bürgerversuche Myhr Dawn von Leid. Mit dabei, gleich zu erkennen an der Amtskette, Bürgermeister Thomas Kreiler. Und hier sieht man, wie imposant unsere Wunstaufenfeste Klosskürt man früher ausgesiehen haben müsste. Ein Festbau des Burschenvereins Klosskürt. Ein Festbau des Burschenvereins Klosskürt. Und jedenfalls. Wenn du ihn schenkst, haben wir die normale Spritze, wenn das geht. Ich begrüße dahinter die große Landwehr mit Kommandant Franz Schmidt. Ich suche gerade am Bürgermeister. Ah, war er sich versteckt? Herzlich willkommen, Günther Schmidt. August Koss in Königlich privilegierte Schützgesellschaft mit Schützmeister Günther Brexler. Herzlich willkommen. Korkstein, die Krone im Land. Unser schönster Basalmkegel folgt dahinter. Korkstein, die Krone im Land. Unser schönster Basalmkegel folgt dahinter. Menden den Burgferner in Korkstein. Mit dem Kommandant Franz Schmidt Reis. Und ich entdecke auch Korkstein, die Krone im Land. Altbürgermeister Hans Schäfer in der Runde. Herzlich willkommen, Hans. Entschuldigung, mir wird gerade gesagt, ich stehe nicht auf meiner Liste. Es ist doch wirklich auch die Frau Bürgermeister dabei. Ich habe gesehen, es müssten ja auch die Krone für die Bürgermeister dabei sein. Also, herzlich willkommen, Frau Schäfer. Frau Schäfer ist so toll angezogen, dass ich sie fast nicht erkenne. Jetzt wissen Sie. Fäch banned. Fäch… 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 Der Schäfer sagt, wie ich, der Oberpfälzer Waldvereiners Paulstein ist auch mit dabei, also auch Kerzen mit honorieren hier in Deutschland bei uns im Stadtjubiläum beim Festival. Musik Vielen Dank. 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 ... 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